Mein Name ist Mieke Keppler, ich arbeite als Coach und Trainer, war früher Musiker, hatte eine Veranstaltungsagentur, ein Tonstudio, war Geschäftsführer eines Bildungsträgers und bin Organisationsentwickler und unterstütze Organisationen darin, den Anforderungen der Zeit, der Gesellschaft und der globalen Entwicklung standzuhalten. Der IAK-Zertifikatslehrgang zum Organisationsentwickler ist sinnvoll für alle Menschen, die in Entwicklung oder Veränderung eingreifen wollen. Der Lehrgang ist erstmal modular aufgebaut und diese Module orientieren sich an dem Prozess einer Organisationsentwicklung, also Analyse, Diagnose, Methodenentwicklung, die kommunikativen Instrumente, die dazu gehören, wie Pilotgruppen oder ähnliches, Moderation und am Ende dann eben auch die Bewertung der durchgeführten Maßnahmen und die Auswertung. Ziel des Lehrgangs ist es, die Teilnehmer zu qualifizieren, Organisationen in den Umwälzungen und Veränderungsprozessen zu begleiten. Die Leistung der Teilnehmer besteht in erster Linie aus Anwesenheit während der Präsenztage, dazu kommt noch die Teilnahme an Lerngruppen, die Teilnahme an der Lehrsupervision und zum Abschluss, das heißt für die Zertifikatsprüfung, dann die Gestaltung eines eigenen Prozesses außerhalb der Weiterbildung. Sie als Teilnehmer erhalten am Ende des Lehrgangs und nach bestandener Prüfung das Zertifikat Organisationsentwickler IHK und können das in ihrem beruflichen Kontext nutzen. Wenn Sie sich für den IHK-Zertifikatslehrgang zum Organisationsentwickler interessieren, finden Sie die nötigen Informationen auf der Webseite der IHK Köln. Ich empfehle Ihnen aber auch, nehmen Sie Kontakt zu den Mitarbeitern auf und ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie in diesem Kurs selbst kennenlernen kann.